Auch wenn ich in den ersten zwei, drei Jahren als Lehrer sofort wieder aufhören wollte mit diesem Beruf und selbst wenn ich heute immer wieder mal todmüde wirklich von der Arbeit bin, muss ich wirklich sagen, dass ich diesen Beruf gelernt habe zu lieben. Und aus welchen drei Gründen ich das geschafft habe und wie es jeder eigentlich schaffen kann, möchte ich in diesem Video erklären. Der erste Grund ist ganz einfach. Du kannst mit jungen, tollen, energievollen Menschen zusammenarbeiten. Und ja, ich weiß, ganz viele nervige Kinder, nervig oder störende, lebendige Kinder, aber auch zu diesen entwickelt man mit der Zeit einfach eine gewisse Beziehung und merkt dann, dass auch der Schulstoff dann vielleicht gar nicht mehr ganz so im Vordergrund steht. Und zuerst mal die Zusammenarbeit irgendwie funktionieren muss und dann kommt immer noch der Schulstoff hinzu. Und wenn ich morgen zur Schule gehe, wenn ich nach den Ferien montags in die Schule komme, und einfach diese lächelnde und grinsenden Gesichter sehen, selbst wenn es mal freche Gesichter sind, ich freue mich einfach diese Kinder wieder zu sehen und das erfüllt mich einfach zu einem Großteil an Arbeit sehr. So, und der zweite Punkt liegt in der Freiheit deiner Arbeitsgestaltung. Und auch ich bin nicht der allergrößte Fan des öffentlichen Schulsystems. Es gibt viele Dinge, die ich gerne ändern würde, aber trotzdem sehe ich, trotz einem vorgesetzten Lehrplan haben wir Lehrpersonen einzeln im Unterricht die Möglichkeit zu entscheiden, worauf wir das Hauptgewicht bei den Themen legen und wie wir das Ganze umsetzen wollen. Und je mehr wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und uns fragen, warum tun wir das, was wir jeden Tag im Unterricht tun, desto besser können wir den Unterricht umsetzen. Und auch so, dass es für die Schüler mehr Sinn macht, aber auch für dich als Lehrperson. Und diese enorme Freiheit ermöglicht einfach mir, kreativ in meinem Beruf zu sein. Und der dritte Punkt ist, dass ich wirklich der Bezeugung bin, dass man in diesem Beruf einfach jeden Tag etwas Neues lernen kann. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen, mit denen man hier zusammenarbeitet. Man kann selbst einfach so viele unterschiedliche Bücher in die Hand nehmen und so Neues dazulernen, egal über welche Themenbereiche, die man dann wieder in die Schule übertragen kann. Man kann sich weiterbilden, vielleicht neue Fächer dazulernen, vielleicht auf eine andere Schulstufe wechseln. Ich denke, wenn man mit der richtigen Einstellung an diesen Beruf hingeht, dann kann das Lernen und das persönliche Wachstum einfach in einer Art zunehmen, so dass es einen wirklich erfüllt. Okay, und was bei all diesen drei Punkten hervorkommen sollte, ist, dass es letztendlich sehr auf dich selbst darauf ankommt. Wenn du jemand bist, der versucht, weg von der Problemorientierung hin zur Lösungsorientierung zu kommen, denn ja, es gibt sehr viele große Herausforderungen in diesem Beruf, dann hast du die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und fängst an, mehr Dankbarkeit zu zeigen und den Fokus auf Lösungen zu richten, damit du selbst auch wächst. Als Mensch, aber natürlich auch als Lehrperson. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020